Aber wenn ich jetzt sage, Hass, Spot, Verdans, ich glaube, da ist sich jeder einig, Downtown. Downtown war schrecklich. Ich erinnere mich nur, ich spiele, letzter im Team, gehe in einen Raum rein, stehen da vier Camper mit der R9 Feuer Shotgun in jeder Ecke einer. Und ich kriege einfach aus allen vier Ecken Shotgun in die Fresse. Oh, nö. Und das war der Moment, wo ich erst mal keinen Verdans mehr gespielt habe. Wow, ey. Jetball. Jet. Hat er mich gerade Camper genannt, nachdem wir beide eine halbe Sekunde auf dem Boden waren? Hat er mich da gerade wirklich Camper genannt? Das gibt es ja gar nicht. Unter euch sind Krabben. Ich konnte nur vier töten. Bei uns auch. Ich habe es ja alle drei mit einer Luftschlacht geholt, weil nur einer am Ende klingen kann. Bei uns. Der ist ganz unten. Ey, ich habe keine Muni. Oh, Leute. Heute geht es heiß her. 30 Kills sehe ich auch. Oh, Bisch. Gesniped. Gesnibbert habe ich ihn. Aber ohne Witz, er hat mich Camper genannt, nachdem ich die allererste Sekunde einen Fuß auf dem Boden hatte. Ja, scheiß Camper. Kevin, akzeptierst, dass du ein Camper bist? Akzeptiere es. Sieh es ein. Äh, Lodi? Können wir nicht? Okay. Ich glaube, die haben gekotzt. Oh, beim Dingsausfahrt. Kopfgeld. Vor uns. Was war denn dein Plan, Kollege? Bei uns auf der Höhe? Ja, mir hat er auch rausgeschlossen. Vor mir? Absolut One-Hit. Links unten. Dort. Da oben. Ich habe auch eine Leitlinie geschossen, weil ich dachte, da kniet einer, der ist einfach nur gesessen. Da oben. Da oben. Denk hoch vor uns. Döde Steck, über uns. Über uns. Der ist tot, den habe ich fetschnapoliert. Hier unten waren die, ne? Ich würde gerne meinen Loadout kommen. Und über dir, oder? Ja, ich kann natürlich ganz vorwärts. Ja, natürlich. Ja, das ist mein Link übrigens, ne? Ne, aber der Gegner war da. Ich bin oben drin. Steffi! Ist da noch einer? Ich weiß nicht, ich habe immer noch Bodenloot und... ...Chaos. Das war's wohl, mein Freund. Die sind bei euch, hier auf der Höhe unter mir. Also unten. Also, Jet, ich glaube, ich spiele die Runde ohne Loadout zu Ende. Ich brauche eigentlich auch keins. Ich habe eine Karte, mit der ich hier gerade gefickert habe. Weil sie noch einen Staffrat braucht. Hinter mir! Der ist... Stark! Äh, über uns. Der fliegt, der fliegt, der fliegt. Also, ich hätte ja schon ganz gerne Loadout. Ich ja eigentlich... Oh, der ist bei uns unten. Der ist im Tunnel. Gib mir Geld. Verkauf wir uns. Wir haben keinen Job bei uns. Und da! So, jetzt rotiere ich da rüber. So, jetzt rotiere ich da rüber. Hier unten. Da fahren wir welche, oder? Natürlich! Klar! Ja! Von allen Seiten! Oh nein! Oh nein! Von wo denn? Oh nein! Wo? Überall! Überall! Chat, bei der Runde bisher, 8 Kills. Ich bin so hart enttäuscht. Von hier ist von Feuer. Von hier ist von Feuer. Was... Was ist das hier, 8 Kills? Von hier ist von Feuer mit 12. Alter, war der pissig gerade. Wie? Hab ich gefickert. Mademoiselle. Äh... Drei Teams noch. Links bei Prison landen welche? Links bei Prison und welche waren da hinten irgendwo. Wurden mit da in der Richtung angezeigt. Wo ich den einen hier vorne gekillt hab. Die, die euch zerfickt haben, die waren... Äh, die hab ich... Da war ja einer von denen down. Die hab ich ausgelöscht. Die gab's dann nicht mehr. Ich hab dir eh... Wo Kevin? Unten beim Prison wo du sonst kaufen kannst. Links. Liegt da jetzt gedowned. Und... Hier? Da. Ach, guten Tag mein Freund. Zwei unter uns. Oh, unter... Hier? Ist... Ammo break? Oh... 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 So... Hast du sie? Okay. Steffi erstmal am loopen. Ich werd so nie jemanden aufnehmen. Ich hab nur F gedrückt. Das hat mir voll alleine gemacht. Ja, nicht schlimm. Ich hab nur aufgeschnappt. Ich so... Hier eine Seite. Wir haben nur noch zwei Teams. Kann sein, dass ein Hacker dabei ist. Oh ja, beim Eingang. Tunnel Eingang. Irgendwie höre ich dich doppelt oder zu laut. Ich weiß auch nicht. Die sind hier drin. Noch einen runter. Rechts von uns. Die Kevin, die mir gesneelt... Er ist TikToker gewesen. Den muss ich töten. Das weißt du doch. Schlimmer ist, ich schieße auf ihn. Du rennst mir in den Schuss rein, damit du ihn definitiv kriegst. Du kleine Snitcher. Er war TikToker. Was soll ich machen? Sterben. H play. auf. Man macht keine Lenk disabilities. Also obwohl ein méhlein ist,czo! Und das ist auch einedamme medell crack. yourihe eine Die. Wenn ihr wechselt, dann was für sie Ich kann keinen Geln hauen. Aber inajlein mache. Wenn das Messer getroffen hätte. Wenn das Messer getroffen hätte. Okay, also das war eine geschenkte Runde. Nee, dann lieber mehr als easy. Hey, guck mal, wir haben fast die 30er gemacht. Ja, das geht aber nicht zusammen. Das gilt nur einzeln. Und spielt sie bar? Ja. Und? Mir fehlen noch zwei Aufsätze, aber die macht Spaß. Und sie macht mehr Schaden als die K. Ja. 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 Ja.